Oh, armer Ben-Ben. Ein roter, lebloser Körper. Hm, hier ist der Entenspender. Ich hab eine Idee. Gib mir dein Herz, Lala Fun-Fun. Komm zurück aus der Spielzeugunterwelt. Liebe Ben-Ben. Ja, der Zauber hat funktioniert. Ich bin am Leben. Ein Spielzeug ist wieder am Leben? Das geht nicht. Und dann bist du wieder zum Leben erwacht. Da ist der Verbrecher. Wer ist das? Ein neuer Nachbar? Du bist verhaftet. Schwarze Magie ist verboten. Das ist ein Irrtum. Mach die Handschellen ab. Mach eine Pause hinter Gittern. Die Bösen. Wednesday, O'Pillabird, Megan. Die Guten? Vampire und Ben-Ben. Hey, warum stehe ich auf der Bösewicht-Liste? Husch! Hey, ganz ruhig. Eine neue Insassin. Na, na, na. Mal sehen. Sie ist ein Vampir. Sorry, das war eine Verwechslung. Du stehst auf der Liste der Guten. Kann ich ein Biss-Autogramm haben? Das klingt gut. Klar doch. Wow. Gib mir fünf. Ab jetzt bin ich in deinem Team. Ich muss diese Chance nutzen. Warte. Beiß mich auch. Bitte. Du bist so blass, dass du wahrscheinlich kaum noch Blut hast. Naja, ich kann's ja mal versuchen. Ups. Was ist das? Das ist eklig. Willst du mich vergiften, du Psycho? Was ist das? Teil. Der Vampir ist erledigt. Hey, was ist das? Was ist das? Nichts. Hey, Vampir. Wie geht's denn so? Oh, danke. Eine Checkliste, wie man ein Vampir wird. Ich fang mit dem Make-up an. Sing. Für den ersten Schritt brauche ich Ines Hilfe. Was? Hey, Sing. Ich verstehe nicht, was du willst. Ich gehe nirgendwo hin. Oh, okay. Gut. Gut. Was willst du? Ich bin hier, um Wednesday zu sehen. Sie ist meinetwegen hier. Darf ich? Nicht so schnell. Erst ein Check-up. Hä? Du bist lustig. Komm rein. Was ist los, Wednesday? Was kann ich tun? Um mich zu befreien, muss ich ein Vampir werden. Du hilfst mir beim Make-over. Du verbringst dich in ein Vampir? Ich gehe Klamotten holen. Du musst gehen. Ja. Bye. Oh, Sing. Was hast du mitgebracht? Ines Kosmetiktasche. Danke. Dann wollen wir mal loslegen. Was ist das? Oh, damit kann ich meine Haut bedampfen. Ich muss nur etwas Wasser hinzufügen. Und es einschalten. Oh, das fühlt sich gut an. Meine Haut ist total weich und glatt. Der nächste Schritt ist eine gründliche Gesichtsreinigung. Ich habe aber kein Reinigungsmittel. Oh, ich weiß, wo ich es herbekomme. Amor mio. Schöne Stimme, Ben-Ben. Darf ich dein Mikrofon haben? Okay. Danke. La, 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 la. Hier ist der Schaum. Ich will mein Mikrofon zurück. Mein Bein ist noch nicht fertig. Okay. Grüß dein haariges Bein von mir. Ich bewege also meine Finger so. Und ich erhalte ein schönes Make-up. Hey, warum funktioniert das nicht? TikTok hat mich schon wieder reingelegt. Na gut. Ich mache es auf die altmodische Art. Wenn du eine Zeit lang an einer Wand kratzt, kommt vielleicht etwas Schönes dabei heraus. Und noch ein paar Ziegelsteine. Nein. Keine Herzen. Weg mit dir. Jetzt brauche ich noch ein Cat-Eyes-Look. Und rote Strasssteine. Das untere Augenlid mit Rotbeton. Wow, das ist ein cooler Vampir-Look. Volle Wimpern. Dieser Lipgloss sieht zu blass aus. In meinem früheren Leben habe ich ihn geliebt. Ein Vampir muss die Lippen zum Strahlen bringen. Leerroter Ziegelglitzer. Konturieren mit einem schwarzen Stift. Ich komme der Sache immer näher. Leichtenbrote Lippen. Ein Vampir-Outfit. Mal sehen. Eine Kiste mit Halloween-Kostümen. Das bestimmt etwas Brauchbares drin. Ja. Ein schicker Vampir-Umhang. Ich fühle mich, als wäre ich selbst ein Vampir geworden. Weiter geht's. Die Heizkrause von Wednesday. Das ist nicht vampirisch genug. Das kann ich aber ändern. Ich werde eine passende Heizkrause daraus machen. Und verziere sie mit einem blutigen Rubin. Gothic-Style. Wie wäre es mit einem Kleid? Blau? Das passt nicht zu einem Vampir. Ich schalte die Farbkorrektur ein. Das war's. Fantastisch. Wow. Perfektes Rot. Das Outfit ist fertig. Was hast du da? Nur meine rosa Sachen. Okay. Du kannst reinkommen. Hey, Wednesday. Ich habe alles versteckt. Was? Rosa? Da bleibe ich lieber für immer im Knast. Gerade tiefer. Oh, sehr schön, Inet. Da ist alles dabei. Und sogar ein Kleid. Oh, mein Vampir. Bist du verschwunden? Sie ist weg. Schau mal. Hier ist ein neuer Vampir. Reicht das? Hallo, Vampir. Hey, Ben-Ben. Lass mich raus. Ich bin ein netter Vampir. Darf ich jetzt gehen? Ist das ein Joke oder was? Du hast weder Vampiraugen noch Vampirzähne. Sorry. Nein. Lass mich raus. Hey. Mir reicht's. Beruhig dich erst mal. Was ist das? Was ist los mit dir, Wednesday? Ihr Lieben, bitte helft mir. Lasst schnell ein Like da, damit der Elektroschocker Wednesday nicht mehr foltert. Danke. Ihr seid unglaublich. Das war pure Feuter. Kopf hoch, Wednesday. Zeigst du mir, was als nächstes auf der Liste steht? Nichts. Es gibt keine Schritte mehr. Make-up, Klamotten. Wir haben alles erledigt. Zeig mal her. Es gibt noch viel mehr. Was? So viel? Zähne, Haare. Woher bekomme ich das alles? Keine Sorge. Ich lass mir was einfallen. Atme tief durch. Wir packen das. Du besorgst die Zähne. Und ich kümmere mich um deine Haare. Klingt das gut? Ja. Bin gleich wieder da. Zähne. Oh, Ben-Ben. Du kaufst Kaugummi. Hey, Bunny. Deine Kaugummi-Blase ist winzig klein. Ich wette, du schaffst keine große. Von wegen. Schau zu. Ups. Ich kann nichts sehen. Hilfe. Ich bin blind. Ich schnapp mir die Kaugummis. Hier ist das Material, das ich für meine Reißzähne brauche. Perfekt. Ich brauche eine Perücke. Wenn es um Wednesday geht, gibt es nicht viel zur Auswahl. Das geht nicht. Ich such weiter. Oh, ich werde mir meine Haarsachen anschauen. Mini, ich nehme deine Haare. Autsch. Oh, oh. Die Chemikalie ist auf der Perücke gelandet. Ich habe eine abgefahrene Idee. Ich werde alle Haare färben. Mehr Rot. Oh. Wow. Der perfekte Farbton. Hey, Wednesday. Aufgepasst. Hä? Cool. Megacoole Vampir-Frisur. Was kommt als nächstes? Die Nägel. Und was soll ich mit denen machen? Ich weiß es nicht. Das macht mich fertig. Oh. Meine Nägel sehen total übel aus. Hey, ich habe eine Idee. Ich habe Assistenten. Was? Tauch deine Hände da rein. Warum? Für eine Maniküre-Dummkopf. Heilige Feuter. Das sind Piranhas. Ah. Was? Wer ist denn da? Hey. Was? Ich habe nichts gemacht. Wow. Fabelhafter Effekt. Du. Raus. Gut. Es geht in die andere Richtung. Na schön. Okay. Ich habe es fast geschafft. Hey, Wednesday. Schau mir beim Angeln zu. Wow. Das ist genial. Danke, Enid. Jederzeit. Die Vampir-Nägel sind fertig. Jetzt fehlen noch die Augen. Wie bekomme ich rote Vampir-Augen? Ich weiß. Mufasa. Stirb nicht. Hört sich super an. Hört sich super an. Hey, Wednesday. Schau dir diesen Clip an. Was ist das? Oh nein. Das sind grausame Monster. Oh. Meine Augen sind rot vom Wein. Jetzt bist du ein echter Vampir. Du bist ein super Hirn. Hey, Ben-Ben. Kannst du mich rauslassen? Hä? Ein Vampir? Äh, klar. Vampire sind nett. Komm raus. Ja. Es hat geklappt. Sing? Nein. Falscher Anzug. Oh, das ist schon besser. Gratuliere, Vampir Wednesday. Warte. Da du ein Vampir bist, geh und beiß deine beste Freundin. Das will ich sehen. Okay. Aber du bist doch kein echter Vampir. Was? Warum willst du nicht zu einem Vampir? Hier, sieh dir die Kiste an. Das ist eine Überraschung für dich. Diese Kiste? Ja. Oh. Ihr steckt also dahinter. Bye, bye. Da ist sie. Wo wollt ihr denn hin? Hi, Barbie. Ein Vampir? Ich esse Menschen wie dich zum Frühstück. Oh nein. Möchte jemand dein Autogramm? Ich. Und ich. Ich liebe Vampire. Was ist mit mir? Was ist mit mir? Was mache ich denn jetzt? Es ist vorbei. Wir haben nichts gemeinsam. Bitte. Ich will wieder beliebt werden. Nein, mein Make-up sieht schrecklich aus. Ich muss es in Ordnung bringen. Es ist Zeit für ein Vampir-Makeover. Konturieren. Ups. Ganz ruhig. Das kriege ich schon hin. Highlighter. Highlighter. Und Rouge. Ein Make-up-Schwamm. Schön verblenden. Danke. Und bye. Gesichtspuder? Nein. Ich brauche einen speziellen. Schön blass. Ich habe eine Idee. Ich trage eine Schicht ölige Lotion auf Backpapier auf. Forme Heißklebetränen. Mehr rosa Glitzer. Und die schicken, blutigen Tränen sind fertig. Ich trage Glitzer auf das untere Augenlid auf. Ich brauche schwarzen Lip Liner. Und ich habe pinke Lippen. Die perfekte Kombi. Ich habe die Reißzähne vergessen. Als letztes wähle ich die Augenfarbe aus. Ein schönes blaues Super. Dunklere Wimpern. Jetzt komme ich. Nancy, bist du da? Hey, Mädels. Ist das Barbie? Er ist so süß. Hi. Ups. Ah, Fledermäuse. Siehst du sie auch? Mein Smartphone. Bleibt lieber im Spind. Oh, hi. Bin ich noch im Pyjama? Hi. Und bye. Warte. Du musst mir helfen. Ein silberner Ring? Echt jetzt? Du verwandelst mich in ein Vampir. Abgemacht? Na schön. Aber zuerst musst du die Aufgaben auf der Liste erfüllen. Easy peasy. Lemon squeezy. Naja. Äh. In Ordnung. Abgemacht. Langweilig. Langweilig. Oh, das ist interessant. Es gibt einen Vampir in der Schule. Und ich werde ihn fangen. Eine Tonne Silbermunition. Check. Knoblauchduft. Check. Das Wichtigste bei der Vampirjagd sind Pfeilmarakas. Oh ja. Handschuhe. Sonnenbrille. Mein Stil kann jeden Vampir umhauen. Ich fange mit dem Putzen an. Sag Tschüss, Staub. Ich habe Hunger. Da ist mein Mittagessen. Das ist so einfach. Lecker. Was? Oh nein. Meine schönen Reißzähne. Ah. Puh. Das war nur ein Traum. Ich bin fertig. Okay. Ich bin mit den Hausaufgaben fertig. Wo ist sie? Großartig. Staubsaugen ist anstrengend. Wie kann ich unter dem Bett staubsaugen? Ich helfe dir. Du bist so stark. Danke. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Wollen wir etwas bestellen? Warum dauert das so lange? Hier ist die Lieferung. Hi. Eure Bestellung. Was ist mit dem Geld? Äh. Ups. Ich habe kein Geld. Was? Ich kümmere mich darum. Der Lieferjunge sieht lecker aus. Ihr Lieben. Helft mir. Mehr Likes. Mehr Geld. Danke. Ich habe Geld. Bye. Ich habe Hunger. Nimm meinen Burger. Wie auch immer. Ich hoffe, er schmeckt. Hau rein. So gut. Das ging aber schnell. Das muss man dir lassen. Er war köstlich. Oh, Soße. Vor kurzem war noch ein Vampir hier. Wie wäre es mit einem Nagel-Upgrade? Was kann ich sonst tun? Die Reißzähne sind ganz schmutzig. Na ja. Sie könnten eine Reinigung vertragen. Fast die Vorhänge nicht da. Ich brenne. Halte durch. Ich komme. Nein. Siehst du? Die Sonne ist weg. Ich habe es gerade noch geschafft. Schade. Schade, dass ich nie an einem Strand sein kann. Ich habe eine Idee. So schön. Ein bisschen Meeresfrise kann nicht schaden. Davon habe ich schon immer geträumt. Ich kann nicht mehr. Bitte, mach weiter. Na gut. Danke. Das war das beste Geschenk aller Zeiten. Willst du mir jetzt ein Vampir zu werden? Klar. Aber zuerst müssen wir zur Schule gehen. Ein Vampir zu sein ist eine große Verantwortung. Wow. Wer ist das? Das ist sie. Das ist Liebe auf den ersten Blick. Ein Vampirjäger. Sehe ich gut aus? Wir verschwinden von hier. Wo ist sie denn? Ich gehe nirgendwo hin. Kein Spiegelbild. Hey. Hi. Komm mit. Was? Kein Spiegelbild? Das ist seltsam. Dein Haar ist zu lang. Das müssen wir ändern. Was tust du da? Vertrau mir. Gut. Vielleicht steht mir diese Frisur besser. Wir sind noch nicht fertig. Was? Lass uns einen Zaubertrank machen. Eine Fledermaus. Oh, wow. Eine Mutantenfliege. Und ein Dinosaurierknochen. Eine Spinne. Ich habe Angst. Abracadabra. Das ist ein einfacher Zauber, um Haarfarbe zu bekommen. Echt? Cool. Färbe eine Haarsträhne. Und wirke sie in Folie ein. So süß. Nimm ein Föhn, damit es schneller geht. Wow. Das ist der Hammer. Klar. Wie wäre es mit ein paar farbigen Strähnen? Bitte. Gut. Die bunten Strähnen kommen sofort. Yay. Jetzt bin ich bereit. Warte. So wie du aussiehst, gehst du nirgendwo hin. Warum nicht? Vampire tragen so etwas nicht. Hier. Oh nein. Gut. Lass uns das Schötter ein bisschen aufpeppen. Schneide eine Hälfte ab. Und benutze eine Schablone, um ein Muster zu formen. Trage Kleber auf den Stoff auf. Du bist dran. Füge Glitzer hinzu. Wow. Das ist unglaublich. Ja. Von dem rosa Oberteil können wir uns verabschieden. Sollen wir ein Fotoshooting machen? Okay. Geh rein. Ist das Gesicht gruselig genug? Das werden wir sehen. Oh wow. Ihr Lieben, wie findet ihr mein Foto? Jetzt müssen wir los. Hier riecht es nach Vampiren. Das ist ihre Jacke. Oh nein. Das ist Blut. Ein Foto. Sie ist ein Vampir. Ich darf nicht so voreilig sein. Ich werde es schon noch rausfinden. Das hat Spaß gemacht. Oh ja. Der Vampirjagga ist in der Nähe. Da ist der. Ich verschwinde. Hey. Wo willst du denn hin? Hab dich. Bye. Hey. Warum bist du ein Vampir? Das ist so traurig. Reiß dich zusammen. Ich muss handeln. Was? Knoblauchschutz. Knoblauchschutz. Parfüm? Ich hab auch welches. Ein silbernes Smartphone. Hab es. Hier ist meine Nummer. Nein. Das war's. Du hast mein Blut zum Kochen gebracht. Meine Geheimwaffe. Keine Maracas. Die machen mich verrückt. Tanzen? Okay. Ich werde singen. Es reicht. Wir müssen das beenden. Du hast verloren. Langsam. Wir werden sehen, wer stärker ist. Du wirst auf keinen Fall gewinnen. Hä? Du bist meine beste Freundin. Ich? Echt? Und du bist meine große Liebe. Ich wusste es. Lass uns glücklich bis ans Ende unserer Tage leben. Meine Fans sind zurück. Wir lieben dich. Oh, wie süß. Gehirne. Zombies.